Musik Starke Kinder wissen, wie man Probleme löst. Sie sind zuversichtlich, dass sie eine Lösung finden werden, und geben nicht beim ersten Rückschlag oder Misserfolg gleich auf. Wie gut Kinder Probleme lösen können, hängt davon ab, wie viel Übung sie darin haben. Eltern, die ihren Kindern immer wieder Gelegenheit geben, ihre Problemlösefertigkeiten zu trainieren, tragen damit wesentlich zur Stärkung des Kindes bei. Auf der anderen Seite werden Kinder immer unsicherer, wenn ihre Eltern entweder jedes Problem an ihrer Stelle lösen oder sie mit Schwierigkeiten alleine lassen, die sie überfordern. In unserem letzten Film zum Thema Zuhören hatte unser kleiner Biber ein schwieriges Problem. Ein Bulli in der Schule hat es auf ihn abgesehen und ihn wiederholt gemobbt. Beim letzten Vorfall hat sich jetzt auch noch ein zweiter Junge mit dem Bulli verbündet und gemeinsam haben sie ihm die Hausaufgaben zerrissen. Aber auch aus solch schwierigen Situationen können Kinder gestärkt hervorgehen, wenn wir ihnen nämlich vermitteln, du bist nicht hilflos, du bist nicht alleine und wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung für dein Problem. Okay, ich schlage vor, wir schreiben doch zuerst einfach mal auf, was eigentlich genau los ist. Ich glaube, dann fallen uns nachher auch leichter Lösungen ein. Roger ist immer fies zu mir, schon seit Anfangsschuljahr. Okay, ich schreibe das auf. Seit Anfangsschuljahr. Komm, wir listen doch zuerst mal auf, was alles passiert ist. Das ist ja eine ganz schön lange Liste. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie oft dieser Roger auf dich losgeht. Das macht mich echt sauer. Heute war aber Leo noch mit dabei. Die haben hier zusammen die Hausaufgaben zerrissen. Ja, der Leon, der will einfach der Freund vom Roger sein. Da hat er auch bisher immer gelacht, wenn der Roger einen fiesen Witz gemacht hat oder mir ein Bein gestellt hat. Mhm, Mitläufer. Wollen wir mal aufschreiben, wer was macht? Also, dass der Leon ein Mitläufer ist, der Roger der Bully. Was machen denn die anderen? Die anderen haben auch Angst vor Roger. Die meisten trauen sich einfach nicht, etwas zu sagen. Gibt es welche, die was sagen? Tobias meinte letzte Woche zu Roger, er solle aufhören. Roger hat mich dann auch wirklich in Ruhe gelassen. Das ist gut, das könnte uns weiterhelfen. Schreiben wir doch das noch auf. Ja. Ist der Roger noch zu anderen gemein? Zu Tim und zu Ronja, weil sie ein wenig dick ist. Ist das Problem genauer beschrieben, kann man zum zweiten Schritt übergehen, dem Brainstorming. Dabei werden möglichst viele Lösungen entwickelt. Das Wichtige dabei ist, dass in diesem Schritt darauf verzichtet wird, die Lösung bereits zu bewerten. So, jetzt habe ich noch eine schwierige Aufgabe für uns. Wir überlegen uns zusammen 15 Dinge, die wir tun könnten, um das Problem mit dem Roger zu lösen. 15? Wieso so viele? Ja, 15. Manchmal kommen einem die richtig guten Ideen eben erst, wenn man eine Weile darüber nachgedacht hat. Komm, wir machen es doch so, dass jede Idee zählt. Wir überlegen jetzt noch gar nicht, ob ein Vorschlag gut ist oder weniger gut. Wir schreiben einfach mal alles auf, was uns einfällt. Einverstanden? Ja, gut. Okay. Super. Ich schreibe. Wer von euch hat eine Idee? Also ich fände es naheliegend, die Lehrerin zuerst mal anzurufen. Nein, besser nicht. Die finden mich alle eine Pätze. Komm, wir bewerten die Ideen jetzt mal noch nicht. Wir schreiben einfach alle auf und schauen dann nachher, welche wir gut finden. Okay. Wir könnten natürlich auch Roger's Eltern anrufen. Oder... Hm, ihr habt doch diese Schulsozialarbeiterin bei euch an der Schule. Die kennt sich doch sicher mit so etwas aus. Ich schreibe mal diese beiden Möglichkeiten noch auf. Ich könnte Roger etwas schenken. Zum Beispiel eine Zeichnung. Du willst ja mal schenken. Vielleicht hat er dann ein schlechtes Gewissen und hat auf. Vielleicht schreiben wir es mal auf. Oder ich oder du trittst ihm in die Glocken. Hey! Du darfst nicht bewerten. Genau, komm, schreib es auf. Na gut, dann schreibe ich es halt auf. Wir brauchen aber noch mehr Ideen. Vielleicht könnten wir ja den Roger auch mit zu deinem Geburtstag einladen. Vielleicht würde das was helfen? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ja, oder ich könnte mit Tim, Ronja und Tobias nach der Schule abmachen. Er ist ja auch fies zu Tim und Ronja. Und Tobias ist auf unserer Seite. Vielleicht könnte ich mit ihnen abmachen, dass wir uns gegenseitig helfen. Also jeder von uns könnte sagen, lass ihn in Ruhe, wenn er einem von uns etwas tun will. Also auch wenn man die Ideen jetzt ja noch nicht bewerten darf, aber die finde ich wirklich super. Ja, ich auch. Was ich mir noch überlegt habe, der Leon, der ist ja ihr Mitläufer. Ich glaube, wenn seine Eltern mit ihm darüber sprechen, das ist ihm auch peinlich, dass er da mitgemacht hat. Und ich kenne den Vater von ihm ziemlich gut. Hey super, jetzt haben wir schon sieben Ideen gesammelt. Wir bräuchten aber noch mehr. Es wird schwierig, finde ich. Wenn es jetzt schlimmer wird, könnte man sich auch einen Schulwechsel überlegen oder einen Umzug. Ja. Oder wir drohen den Eltern vom Roger mit einer Anzeige beim Schulrektor. Nun, da wir einige Ideen gesammelt haben, gehen wir zum dritten Schritt über, der Bewertung. Wir überlegen uns für jede Idee, wie gut sie ist und ob wir sie noch verbessern können. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich schon sehr viel besser. Wir haben viele auch gute Ideen gesammelt. Ich glaube, es sind welche darunter, die funktionieren könnten. Jetzt kommt nochmals ein kniffliger Schritt. Wir müssen auswählen, welche Ideen die besten sind. Und dazu überlegen wir uns am besten, was würde wohl passieren, wenn wir diese Idee umsetzen. Fangen wir doch oben auf der Liste an. Wir hatten da die Lehrerin anrufen. Du warst da nicht so begeistert. Das bringt doch nichts. Als Tims Mom letztes Jahr die Lehrerin angerufen hat, hat sie mit Roger geschimpft. Danach war Tim eine Pätze und Roger hat ihn nur noch mehr gequält. Wie wäre es denn, wenn wir die Lehrerin anrufen, ihr aber sagen, sie solle nicht direkt mit dem Roger oder dir reden, sondern... Ja, vielleicht könnte sie doch einen Film über Mobbing zeigen und dann mit euch als Klasse über dieses Thema reden? Also ohne, dass sie direkt mit dem Roger oder mit dir spricht? Das fände ich besser. Okay, dann schreibe ich doch diese Idee um ihn, rufe die Lehrerin an und frage sie, ob sie das Thema Mobbing mit einem Film behandeln könnte. Was meint ihr dazu? Ja, das könnte vielleicht was bringen. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt beim Roger selber, aber vielleicht beim Rest der Klasse. Also dass die dann auch sich gegen das Mobbing zur Wehr setzen. Ich würde gerne mit Ronja, Tim und Tobias abmachen, dass wir uns gegenseitig helfen. Super. Das ist gut, ja. Nun geht es an die Umsetzung. Wir überlegen uns, welche Idee oder welche Ideen wir umsetzen möchten. Dabei zeigt sich eine besondere Stärke des Vorgehens. Haben wir 15 Ideen gesammelt, von denen vielleicht 3, 4 richtig gut sind? Wissen wir, wenn Plan A nicht klappt, haben wir einen Plan B, Plan C, Plan D. Und hey, einer wird doch funktionieren. Hey, wir haben einige supergute Ideen gesammelt. Jetzt müssten wir noch überlegen, wie wir genau vorgehen möchten. Was wir zuerst ausprobieren. Ich würde gerne zuerst mit Ronja, Tim und Tobias sprechen. Sehr gut. Wie willst du es genau machen? Also ich dachte, dass ich Sie am Mittwoch zu uns einlade. Ich frage Sie morgen in der Pause, ob Sie am Mittwochnachmittag Zeit haben. Gut. Ist doch gut, ja. Ja. Wollen wir vielleicht noch eine der anderen Ideen parallel umsetzen? Vielleicht kannst du, Papi, mit dem Vater vom Leon sprechen. Und vielleicht könntest du die Lehrerin fragen, ob sie den Film über Mobbing zeigt. Ja. Und wenn das alles nichts bringt? Dann haben wir immer noch viele andere Ideen. Wollen wir vielleicht jetzt schon schauen, was wir machen würden, wenn diese drei Sachen nichts bringen. Fände ich gut. Dasitte Besuch. Vielen Dank.